Was ist eine subklinische Infektion? Eine subklinische Infektion liegt bei einem Wirt vor, der keine äußerlichen Anzeichen von Symptomen aufweist und nicht diagnostiziert werden kann, ohne auf einen bestimmten Infektionserreger zu testen. Sie wird auch als inabahnte Infektion bezeichnet und kann bis zu ihrer Lösung ein Risiko für den Wirt und die umgebende Bevölkerung darstellen. Menschen können tagelang, wochenlang oder sogar länger infiziert sein, ohne es zu merken, es sei denn, sie werden getestet, wenn ein Arzt ein Problem vermutet oder wenn der Test Teil einer Routineuntersuchung ist. Das Erkennen und Behandeln solcher Infektionen ist für die persönliche und öffentliche Gesundheit von entscheidender Bedeutung. Aus Sicht eines infektiösen Organismus bietet eine subklinische Infektion eine Reihe von Vorteilen. Der Organismus kann im Wirtleben, sich vermehren und stärker werden, und wenn sich der Wirt in der Gesellschaft bewegt, wird die Infektion weitergegeben. Jemand, der ein Influenza-Virus trägt, ohne es zu wissen, treibt beispielsweise Viren mit jedem Atemzug oder Husten aus. Die Menschen können die Infektion auffangen und sie durch die Bevölkerung transportieren. Für die öffentliche Gesundheit ist dies natürlich ein erhebliches Problem. Infektionen können auftreten, bevor die Praktizierenden überhaupt von einem Ausbruch erfahren. Das Vorhandensein einer subklinischen Infektion kann es auch schwierig machen, den Ursprung eines Ausbruchs oder einer Epidemie zu verfolgen. In schutzbedürftigen Bevölkerungsgruppen wie Patienten mit geschwächtem Immunsystem gibt es besondere Bedenken hinsichtlich der Risiken einer Interaktion mit Personen, die Infektionen tragen können, ohne es zu wissen. Asymptomatische Träger können überall sein und gefährliche Infektionen unbeabsichtigt weitergeben. Dies kann auch ein Problem für den Hust verursachen. Eine subklinische Infektion kann zu Komplikationen führen, indem das Immunsystem geschwächt wird und der Wirt für Entzündungen und Infektionen durch andere Organismen anfälliger wird. Untersuchungen zu Schwangerschaftskomplikationen zeigen beispielsweise, dass vorzeitige Wehren manchmal mit einer subklinischen Infektion verbunden sind, die nicht identifiziert und behandelt wurde. Folglich können schwangere Frauen zu Beginn einer Schwangerschaft einer gründlichen medizinischen Untersuchung unterzogen werden, um bestimmte Bedenken zu erkennen. Einige Infektionen sind wegen ihrer subklinischen Natur berüchtigt. Menschen können zum Beispiel Herpes tragen, ohne sich dessen bewusst zu sein. Bei Routineuntersuchungen können Proben entnommen werden, sodass ein Arzt die häufigsten Infektionen im Patienten erkennen kann. Infektionen können auch in einer Untersuchung identifiziert werden, um festzustellen, warum bei einem Patienten Symptome wie Entzündung und Müdigkeit auftreten. Wenn die Infektion in Tests gefunden wird, kann sie je nachdem betroffenen Organismus behandelt werden, um sie zu beseitigen oder zu unterdrücken.